Moin moin hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadowrun Chronicles und seit ihrem letzten Login wurden die Daten geändert, alle Fertigkeiten wurden zurückgesetzt und das verbrauchte Karma zurückerstattet. Hört sich doch schon mal super an. Und gehen wir mal wieder auf Hexerei. Mana, Mana, Panzerung. Erhöht damit möglich die Trefferchance. Warte ich auf kritische Treffer? Ich will erstmal treffen, bevor ich kritisch treffe. So, das lerne ich erstmal. Verstand, Organ. Plus eine Reichweite und kritisch treffen. Was haben wir noch? Aha, du weißt instinktiv, du hältst plus 10 auf kritischen Treffer. Nehme ich. Noch eine Organentnahme. Das lerne ich erstmal. So, jetzt habe ich 4 Punkte da drin. Jetzt habe ich hier noch Heile. Lerne ich das einfach nochmal so. Und dann mache ich als nächstes hier irgendwas rein. So, wir haben jetzt noch 11 Punkte drüber. Das ist ja Wahnsinn. Was soll man eigentlich nochmal für eine Second-Waffe? Ja, forget. Eine Pistole, okay. Pistolen. Eigentlich würde ich ausreichen, wir werden Lucky Shot haben. Das würde ja komplett ausreichen. So, äh, 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 wir haben Kohle, aber... Haben wir eigentlich... Ich will mal ins Falsche reinnehmen. Weiß ich jetzt gar nicht. Haben wir eigentlich irgendwas, was wir uns in den Körper reinsetzen können, ohne dass wir Mana verschwenden? Haben wir da was? Haben wir da was? Bein? Neh. Verbesserte Splittergranaten werde ich sowieso nie einsetzen, weil ich werde dann eher auf Limungsgranaten und, äh, nicht auf Limungsgranaten, aber auf Mad Packs, auf, äh, auf Mad Kits umsteigen wahrscheinlich eher. Polymer Coating. Polymer Coating. So, was wollten wir jetzt eigentlich voll lauter Schreck machen? Ach, einfach mal rein rein. Was soll schon schnell gehen? Gehe zu Missionen. Ungezieherfache Vernichtung. Achso, wir haben noch ein paar, äh, Nebenmissionen offen, zumindest eine. So. Wir sind Hexer und Organhändler. Dieselheizer. Was haben wir hier? Demolieren. Hier ist einmal Schlösser knacken, hier ist noch einmal Schlösser knacken. Nehme ich einmal Schlösser knacken mit. Jetzt wird noch Hacken. Ob ich zum Hacken komme, ist eine andere Frage. Jimmy Mack kann hacken, das weiß ich. Wer bist du? Keine Ahnung, wer du bist, ich nehme dich jetzt einfach mal. Äh, sehen ja alle nett aus. Als du dich der Gasse näherst, hörst du vor dir Schreie. Laden und entsichern. Säubere die Passage von Feinden. Wow, was für eine Zerstörung. Sie haben auf ihrem Weg schon drei Leute umgebracht. Du musst sie schnell ausschalten. Bin dabei. Sie haben schon drei Leute ausgeschaltet? Oh, scheinen ja total harte Leute zu sein. Die Head Cases. So, hier haben wir aus dem Schlösser knacken. Du gehst da hin. Blue Jeans. So, du hackst das und wir erhalten eine Fransenweste. Oh, das sieht ungünstig aus. So, würde ich sagen, du... Ne, du, du bist unser Hacker. Beziehungsweise Decker heißt das ja. So, du markierst den Knallkörper da mal. Den bringen wir jetzt einfach mal um. Du gehst mal einen Schritt beiseite und dann ballerst du auf den. Und du machst einen Flitzer dahin und dann haust du den. Jazz wirft die jetzt ein. Ich hasse diese Drogen. Fünf Runden lang hat die Jazz. Na, wenn wir Glück haben... Wir haben kein Glück. Äh... Haben wir jetzt Glück? Jetzt haben wir Glück. So... Du, du bewegst dich... Da hin. Und dann haust du diesen. Oh, sogar mit Crit. Vorsicht. Da kommen noch mehr von ihnen. Du gehst auch mal ein paar Schritte vor. 65%. Die markierste. Du schießt auf die Alte. Triffst natürlich nicht. Warum sollte man auch? Dann gehst du da hin und triffst die 200% und so ein Crit. Und du schleuderst mal einen Blitz auf dir. Ne bitte, immerhin hat das getroffen. Aha, daneben. So... Der ist weg. Du gehst näher ran. Ballast auf den. Der ist weg. Ähm... Der ist jetzt dran, mein Nahkämpfer. Okay. Okay, der hat 16 Leben. Der hat nur... Sechs. Aber der steht frei überall. Und da kann ich getroffen werden. Hmm... Die, 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 die... Geh mal da hin. Der Decker kann gegen Hunde nichts ausrichten. Von daher wird er den da angreifen. Und der trifft. Achtung! Da kommt eine weitere Horde von Ihnen zu deiner Position. Alles abbewehrt. 100%, dass ich treffe. Vielleicht den anderen töten sollen, mir egal. Du guckst mal hier rein, was es hier schnell Nachrichten gibt. Wissenswertes, Zelledir ist ein großer westlicher Drache, der ein großes Interesse an der Matrix hegt und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Neonet leitet. Er arbeitet von Silikonglen Schottland aus und hat sich dringlich gegen die Technomancer-Säuberungsaktionen ausgesprochen. Nun gut, da können wir jetzt nichts machen. Herolds. Auch ein geiler Name. So, 90% dass ich die treffe. Ach, 200 jetzt nicht den höchsten Damage, aber... So, du gehst da hin und dann mal drauf da. So, jetzt erschießt du nicht möglich, weil keine Munition vorhanden. So. Noch jemand Wünsche und Anregungen? Oh, da kommt jetzt der Nächste. So, der Decker deckt den da mal auf. So, 100% dass ich den treffe, das ist ja wieder mal himmlisch. Aber ich werde trotzdem den da angreifen. Oder auch nicht. Jetzt kannst du mal kommen. 40% auf Crit. So, 12 Damage. So, du knallst den Typen ab. Äh, du deckst. Beziehungsweise eigentlich ist das wirklich Hacken. Aber naja. So. Tod. Da kommt jetzt noch einer an. Das steht ja hier wie am Fließband. Läuft doch. Läuft doch bei uns. Gute Arbeit. Das Gebiet ist wieder sicher. So, hier unten ist der Ausgang. Aber trotzdem will ich jetzt erstmal noch gucken gehen. Da oben haben wir noch Organe. Aber ich glaube, mehr ist nicht. Außer die Organe da oben noch. Daher können die erstmal alle zurück. So. Und du holst dir auf jeden Fall noch die Organe. 65% Ui. Aber trotzdem. Wir haben eine Dermalpanzerung Alpha. Na super. 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 So. Das hätten wir schon mal erledigt. Achso. Es gibt ja mittlerweile auch mehr Karma Punkte für Nebenquests. Es gibt auch schon die ersten Channel Quests. Also wiederholbare Quests beim Finale oder so. Oder Herausforderungsquests. Ich weiß jetzt nicht, wie man es nennen möchte. Ich bin da jetzt auch nicht wirklich ein Experte. Mehr Erfahrung lässt sich deinen Mana Ball weiterwerfen. Oder der Wirkungskreis wird gesteigert. Denn Größe zählt doch. Hahaha. So, Jaden. Wir haben die Headcases alle platt gemacht. Gut gemacht. Vermutlich hast du heute eine Menge Leben gerettet. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe irgendwie Mitleid mit diesen Leuten. Ich hoffe, irgendjemand bekommt bald raus, was hier vorgeht. Naja. Umso länger, ich sag's mal so, umso länger die alle bekloppt sind, umso mehr haben wir zu töten. Und umso mehr Quests gibt's. Also momentan dient das ja eigentlich, äh, ja, uns mehr, wenn hier mehr so ne bekloppten Leute rumrennen. So Kamikaze, ich verssell das Ding weg. Das verssell ich auch. Ich brauch schließlich Mana zum Angreifen. Da nützt es mir nix, wenn ich, warte mal. Hat der eigentlich schon wieder neuen Stuff oder war das jetzt der High-End Stuff, den wir hatten? Den wir schon in der Hand haben. Ist das schon der High-End Stuff? Äh, 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 Schen-Schenneling-Focus. Ja, das ist schon das höchste, was wir kriegen hier, ne? Ja. Smart-Focus ist auch schwächer, gut. Der Scheneling-Focus. Geh, zu Missionen. Jetzt haben wir ein Duell auf dem Dach. Achso, jetzt müssen wir Luna platt machen, stimmt. Ha, ha, okay. So, da brauchen wir auf jeden Fall was Schlagkräftiges. Ach, nehmen wir die wieder mit. Dann, mhm. Ach, Herold kann man auch wieder mitnehmen. Dann muss ich fragen, nehme ich lieber noch ein Pistolero mit? Ach, was sollte ich lieber noch? Eben mit einer Flinte mit. Einheitsbesprechung. Dank der Wanze konntest du Lunas Comlink bis zu einem alten Gebäude in South Boston verfolgen. Offenbar führen die Slayers gerade ein kleines Meeting auf dem Hausdach vor. Überwältige Luna und bringe sie zu Sarah McCarty. Luna und ihre Leibwächter sind hier. Bring dich in Position. Gott sei Dank, haben wir so viel Zeit, wie wir wollen. Willkommen. Die Geister haben mich für euch gewandt. Slayers! Schnappt sie euch! Ja, ist die fett. Ich hab den zwar nicht gesehen, aber pfff. Scheiß der Hund drauf, ich hab ihn getroffen. Hoppala. So. Das ist mir die Frage, wo ich die Nahkämpfe mal alle positioniere. Boah, ist die fett, ey. Ich find's immer lustig. Die treffen zu 100%. Die können jetzt 10% die Chance haben, irgendwas zu treffen. 200% treffen natürlich. So, der ist schon mal hinüber. Oh, der ist schon mal hinüber. Doch, wie ist der? Na, so macht man das. Hm. Nun ist die Frage, hier drüben ist Luna. Ne, ich lass den von der anderen Seite kommen. Wäre ein Spirit, na super. Das jetzt auch noch. Das meine ich. Die treffen mit Granaten und allem möglichen zu 100%. Und ich hier mit einer 65%igen Chance, irgendwas zu treffen? Nö. Huhu, hier bin ich Luna. Wie viel hat sie denn jetzt noch? Acht live hat sie noch, okay. Wo gucken, treffe ich sie? Super kritisch. Und weg ist sie. Die Dicke. Die Geister beschützen mich. Ich glaube nicht, dass sie das gleiche für dich tun. Liebst du auf? Super, den verfehlt. Ich hab ja nur eine verbesserte Splittergranate im Inventar sicher jetzt erst. Wer nur 30% ist, dass ich den treffe, vergiss es. So, weg der Typ. Ey, der hat das Glas kaputt gemacht. Was soll denn das? War bestimmt teuer irgendwann mal. So, dann werfe ich mir erst mal ein Matkit rein. So, du lässt das Ding mal runter. Du gehst da in Deckung. So. Wir gehen dort in Deckung. Und du gehst erst mal da hin. Ich bin keine so leichte Beute. Lass uns verstecken, fangen und Töten spielen. Besiege Luna und ihre Leute. So. Äh, sind die hier hinten? Kriege ich schon wieder Besuch? Nein, noch nicht. Okay. So, ich behaupte erst mal, wir gehen erst mal hier rüber. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein.